So, schauen wir mal. Wir haben Mitte, wir haben Oben. Dann haben wir dementsprechend auch automatisch unten. Fähigkeiten, was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? MMR hat die Frage, was spiel ich jetzt? Du spielst jetzt AD Support Carry. Also Trash. Nee. Boah, ey. Unheftig. Was weiß ich, wie ich... ...spiel damit an. Sebastian. Ich will mal was ausprobieren. Also egal. Als ARDC. Willst du in Julo, soll ich in Julo? Wie du willst? Willst du sie jetzt als ADC testen? Ja, das ist... Das ist auch ein ADC. Ich würde sagen. Oh, gibt zwar ADC-Supporter sein, aber was? Das ist alles los, ne? Master Yi, Shen, Diana, Urgoth. Sona, Thresh, Nami oder Tam. Tam, Tam, Tam! Ne. Mit den Hooks komme ich nicht so gut zurecht. Tam, mach. Kommt sie mal. Locken. Ne. Ja, doch, mach mal. Ne, keine Lust. Warum nicht? Mach mal, mach mal. Ne, dann... Mal was Neues ausprobieren. Weil, 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 wenn der ADC schon was Neues ausprobiert, sollte der, äh... Das ist enorm. Das ist Schwachsinn. Sag doch einfach, dass du dich nicht traust. Ja, die Zuschauer wollen was Lustiges sehen. Die sagen nichts. Die sind ruhig. Zack. Keine Ahnung von Karma. Wir brauchen immer noch einen Ich. So kannst du einen Ausprobieren. Du wirst niemals beim ersten Mal wissen, wie es funktioniert. Genau, schreibt Ich, wenn ihr Kragas Support sehen wollt. Stopp, stopp, stopp. Erstmal hier, ne? So, Kragas, was war ich? So, sonst hätte ich fast wieder das Mal vergessen. Nein, nein, nein. Was hast du vor? Viel zu... Nicht, nicht, weil Kotz. Was? Alter. Also, das ist eindeutig von euch. Okay, die Runde wird krass. Habt ihr irgendwie mein Mikro lauter geschaltet als sonst? Weil ich hab nichts geändert, wie gesagt. Ich auch nicht. Ja, aber es kommt wirklich so vor, als wenn das... Einfach nur übersteuert. Hm. Hab ich Deadline. Oder du halt die ganze Zeit an einem Kabel am rumspielen bist. Ja, genau. Also, vielleicht ein Kabel locker hat, irgendein Eingang kaputt. Dürfte eigentlich nicht sein, dann dürftet ihr mich gar nicht hören. Ich bin gerade am gucken, ob ich irgendwo was lauter gestellt habe. Ich hab Hintergrundgeräusche entfernen. Hab ich eigentlich an. Was macht die eigentlich? Kann ich gar nicht gucken gerade. Doch. Kann ich nicht gucken. Nee, da müsste man den Technikwolf nochmal irgendwie anschreiben, irgendwie, dass der nochmal guckt. Jetzt passiert halt nur, wenn ihr lauter werdet, also, als wenn dann das Mikro zu viel nimmt. Aber das war ja vorher auch nicht. So müsstest seit dem Update, was du gemacht hast, ne? Ja, da seid ihr vielleicht ans Kabel mal irgendwie jetzt die Tage gekommen. Nein, nein, nein. Das steht ja so, dass du da eigentlich nie rangehst. Ein bisschen mal rumgeklappert. Kannst du, ist das Mikrofon abnehmbar? Also, das Kabel? Das ist das Mikro, was ich zum, äh, während der Bandprobe mal genutzt habe. Das liegt hier. Alter, äh, jetzt zwinge ich mich nicht, mich daran zu erinnern, was du damals für Techniken hattest. Das, äh, das Sennheiser, das Mono-Mikro mit dem Mischpult. Das nehme ich zum Abnehmen. Kabel ab, also kannst du das Mikrofon vom Kabel trennen? Ja. Am Mikrofon selbst? Sonst würde ich da heute Abend mal, äh, wenn wir fertig sind, vielleicht mal aufschrauben und mal gucken, ob da nicht ein bisschen Staub drin ist. Also, das klingt so, als wenn du die ganze Zeit immer so ein bisschen daran rumspielen würdest. Jemand so von alten Kopfhörern zu Walkman oder iPad oder sonstigen Zeiten kennt. Wenn da halt so ein kleiner Kabelbruch drin ist, so kratzt das immer. Oh mein Gott, ich hab Urgott gewählt? Ja. Deswegen hab ich dich gefragt. Die haben Trundle-Support. Nein, die haben Trundle-Jungle. Ja, das ist nur Irritation für uns. Ja, natürlich. Keine Ahnung. Oder kommt das vom kompletten Team-Speak? Weil jetzt hast du was gesagt, Natalie, und es kam genauso an. Keine Ahnung. Aber ich hab's auch grad kratzen gehört. Ja, kann man hier irgendwie nicht sagen. Was konnte ich nämlich sagen? Nee, nee, das kam von mir. Ich hatte gerade das Mikro kurz aus und an gemacht gehabt und das kam mir mal entsprechend, zu schauen, ob da irgendwas mit ist, aber... Muss ja nicht, das kann ja einfach nur auch mit der Zeit mal so ein bisschen da Kontakt nicht mehr ganz so stimmen, auch wenn du nichts dran machst. Ja, wie gesagt, das ist jetzt zur Zeit ja nur, weil Niki jetzt gerade da ist. Normalerweise haben wir das ja so, dass wir zwei Headsets haben, zwei Räume und dann ist das über das Headset entsprechend, über das Headset-Mikro, dann haben wir diese Probleme ja nicht. Nidali ist hoher AD-Damage, ne? Nidali ist AP. AP? Echt? Ja. Ja, es kommt sich drauf an, wenn es in Katze ist, geht das nicht auf AD dann? Nee, nee. Okay. Ja, muss ich heute wohl das kaufen. Ja, heute bin ich Ninja Boy. Ninja Boy. Was kann, was kann mein Q? Wichtig ist, also ich glaube, dein E ist der Dash entornt, also das kann ich jetzt nicht so... Genau, und dein E ist, glaube ich, ein Dash entornt, oder der Q ist der entornt, ich weiß es gerade nicht. Q verursachtsschaden. Ne, das müsste der E sein, der Dash, und der Q ist das Schwert, also ein Dolch, oder... Ah, genau. Ne, auf jeden Fall ist wichtig, wenn jemand Low HP ist, dann sollte man Bescheid sagen, weil Simon, da musst du mit deiner Ulti auf den... Ich kann Porten, ne? Überall hin. Genau, du musst halt dann immer darauf achten, wenn jemand Low ist, oder wenn jemand sagt, ich bin Low, dass du den dann da mit Ulti dann chillest. Oh, der kann zum Dragon Porten, oder so. Ja. Also ein Gedönse ist ja möglich. So ein Gedingse und Gebamsel. Genau. Und Gedamsel und Gedumsel. Nehme ich den tektonischen Stoß oder die Plasma-Spaltung zuerst? Boah, ey. Super Sicht. Toller Wiss. Was denn? Von, von Diana gerade. Wieso, was hat sie denn gesagt? Gehen ein Mann, ein Schwandel und ein Yordle in die Sonne. Alle sterben. Danke. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Ich verstehe nicht, wieso der Yordle stirbt. Das ist ja überhaupt nicht Yordle. Das sind sowas wie Timo. Timo ist ein Yordle. Genau. Was denn jetzt hier? Das war ein Blitzkrankhock. Ich hasse Blitz. Er mag dich genauso wenig. Oh, da ist er. Wer habe ich denn hier? Wo? Ein Gangplank. Geh weg. Dead Ash. Komische Wesen aus Blut und Fleisch, sagt er. Dieəs. Stark. Man hat den acerbächtig reingedrückt. Dem alten Käpt'n hier oben. Naja, guck mal das kann ich auch hier. So ein Dolch werfen. Und wie läuft es mit Schniederli? Ich hab 1. Ich hab 1. Er ist anscheinend mehr als Sebastian ist. Er hat 7. Gangplank hat Flash raus. Ich hab 9. Eigentlich ein schlechter Wert. Ich bin meinen auch schon ganz schlecht. Die haben hier gerade versucht zu gangen und sind jetzt beide Low HP. Ich geh da mal auswählen. Ne, die Gegner haben beide Low HP, die ich. Ich hab das ausprobiert. Ich hab keine Ahnung. Was ist jetzt der E? Ja, guck dir doch mal hier unten an. Die haben auch Low HP. Wo ich ran gehe? Wenn die ein bisschen näher rankommt, dann kann ich halt auch. Boah. Der Schimpf ist ja äußerst gewöhnungsbedürftig hier oben. Jetzt komm doch mal. Ran hier! Ach so. Wir haben den da erwischt. Alter, der rückt wie bescheuert. Nice. Sehr gut. Da haben sie nach demischen Kanonik am draufknallen. Der... Das war knapp. Der Hund. Oh, das ist jetzt... Ein Nicky. Und das macht sie noch Geräusche mit dem... Mit dem Bein. Mit dem Bein. Mit dem Bein. Mit dem Bein. Trandl ist der Junger. War der denn auch in der Mitte? Der ist grad nach oben gegangen. Trunle. 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 Trunle der Troll. Trunle, Trunle. Ich hab schon 20 Last Hits. Ah verdammt, ich brauch auch den Flash. Was ist in diesem Moment besser? Das mit dem blauen oder mit dem lilaen Kristall? Wie gesagt, Lila ist schneller durch den Jungle kommen. Das hat für dich nur dann Vorteil, wenn du das Gefühl hast, dass du zu langsam da durchkommst. Oben ist ein One-Hit, der Gangplank. Ich geh mal hin, aber der wird bestimmt weggehen. Was du kriegst denn? Ja, der ist gerade weg. Weil das ist alles Gold, was wir sonst gleich auf der Lane nicht mehr haben. Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, hab ich ja gemacht. Ja, bemüht. Alter, die sind schon mal der deutsche Blitz. Die Hooks von dem sind aber auch scheiße gut. Ja, aber sie hat Flash genutzt für nichts. Das ist schon mal besser. In der Mitte ist eine Niederleer, die auch relativ low ist. Ich komme gleich mal hin. Habe ich auch, deswegen auch so ich bete gerade so gut es geht. Hm. Popmäßig. Ich komme mal runter. Die heizt sich halt immer wieder weiter hoch. Ich rege immer noch nicht. Oh, der ist hinter mir. Achtung, die Reihe kommt auch. Was auch, Wandel auch da. Geht diese Junge von uns. Ich wollte kurz sagen. Moment mal. War das seine komische... Das war das was leider? Ja, 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 das weiß ich. Aber der hat mich voll schnell gekillt. War das sein, sein komisches Fass? Keine Ahnung, was das war. Das musst du im Todesrückblick sehen. Nein, das war, ähm, da. Parley. Also entsprechend sein Coup. Der hat mir richtig viel Schaden gedrückt. Boah, ist eine Scheiß-Pfone, das nervt so richtig, ne? Ich bin halt da schon mal rein. Bei den Red Carden oder da? Ne, ne? Ah, da, komm. Ich hab den gemacht. So nervig der Typ. Den hat jetzt natürlich der Gegner. Ja, klar, weil der mich gedötet hat. Was macht ihr da? Ich hab dich noch versucht zu schillen. Der hat dich gebissen. Ich weiß. Ich versuch aber grad noch, äh, ich kam nicht in mein... Meins dann war einfach nicht, äh, meins dann soll ich schon mal... So ein Schild. Ja. Boah, echt dankbar. Und die Niederle ist da irgendwie mit, äh, 50 vielleicht maximal weggekommen noch. Das hat natürlich nur das Wochenende mitgekommen. Ja. So ein Wort oben drin. Hey. Bei der Unterkauer. Wie macht der das? Wie macht der das? Ja. Ja. Der Gangplank, der ist irgendwie echt momentan noch zu stark. Ja, wenn du den spielen kannst so einigermaßen ist das echt heftig. Ja. Da müssen sie noch was fixen. Die Jungen. Äh, Blitzprank AD oder AP? Blitzprank? Äh, Blitzprank, Gangplank, so heißt er. Gangplank ist AD. AD, ne? Ja. Eine, die Bistrechte sind da... Kein. Sorry. Ich komm mal in die Mitte. Ach, in der Mitte hab ich nicht so das Problem jetzt gerade. Kann ich den Dragboot schon mit der 6 Reine machen? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Kannst du mal testen, ne? Kannst du mal testen, ne? Kannst du mal testen, ja. Kannst du mal testen, ja. auch nur, also wenn irgendwer Hilfe braucht? Ja, ich bräuchte Hilfe. Zu spät. Ähm... Halbe Sekunde früher, oder? Ah, ne. Aber die Nieder ist jetzt auch weg. Trummel könnte aber auf dem Weg nach unten sein. Oh, da wird schwierig. Ja, schaffst du nicht. Ich geh lieber weg ab. Okay, dann weiß ich aber schon mal, dass ich mit ihr das nicht ab Level 6 machen kann. Außer du hast mehr, äh, mehr Kills, weil du hast jetzt halt noch... Ja, klar. Das ist jetzt gerade 0,1, äh... Rundle ist hier. Und pass auf, der Ding ist, kommt mir weiter, ja. Oh, ne, jetzt noch die Ulti von der. Kann ich da jetzt auch nicht ver... Nee, nee, geht auch nicht. Und ich kann jetzt da nicht viel machen unten. Seid aber weggekommen, ja? Ja, ich ja, aber den ist ja nicht. Ja, den nämlich. Aber trundle ist... Okay, trundle jetzt zurück. Kann ich jetzt bloß grad nicht irgendwie da unten fahren, nee. Oh, die ist so schlecht, die Ass. Das regt dann einen immer so ein bisschen auf, ne? Ja. Natürlich, da guckst du... Guckst du doch an! Und der R schon 27 last jetzt, das ist doch schon mal ziemlich gut. Minute 11. Ich komm nach unten. Ah. Ah, verdammt. Bleib weg. Ja gut, mit beiden kann ich's jetzt nicht aufnehmen, denke ich. Oh Gott. Ach, die sind Champion, ne? Ja. Außerdem haben die da, sorry, ein Wort drin. Ja. Okay. Der ist einfach zu stark. Ich komm mal hoch, Simon. Na gut, der ist ja fast tot, ne? Also... Wenn du ne bisschen kannst... Guck mal, ob ich rechtzeitig da bin und von den wieder fort. Ich seh ihn grad nicht mehr hin. Ja. Ich wär da, okay. Äh, könnten sie jetzt zurück machen? Könnte sein, ja. Weil unten fehlen die beiden. Weil unten fehlen die beiden. Ich bin mal auf dem Weg. Denk dran, äh, Silke, die könnte ich da jetzt hier gesehen haben. Weil da ein Wort stand. Nein. Machen sie nicht. Der dürfte jetzt so langsam weg sein, der da stand. Die waren nicht einkaufen, die waren nichts. Jetzt geht's schon nur gerade eben zum Drake. Ja, ich hab's auch grad gesehen. Den waren sie auch kurz hier auf der Lane, um nochmal gegenzupuschen. Oh, Gangpank ist jetzt unten in der Mitte. Jetzt haben sie den Drake gemacht. Ja. So schnell hab ich jetzt nicht erwartet, weil wir hatten bei denen so den Schaden. Wann erscheint Baron immer? Nach 20 Minuten. Oh. 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 Ähm. Ja. Ähm. Wenn du... Warte mal. Was kaufen. Dank. Bitte gerade durchkommen. Oh. Kann übrigens so Dinge jetzt geben. Mach dir den Ulti. Wenn du brauchst. Komm auf. Die könnte dir entgegenkommen. Ich hab keinen Mana mehr, ey. Ah. Shit. Toll. Da ist sie mit Lowlife. Ultra Lowlife, ey. Ja. Das haben wir vorhin bei mir auch geschafft. Die Niederli? Die Schniederli. Vergiss das nicht. Was? Hm? Mein Schuss war viel eher an dem Fass und er kriegt es trotzdem noch zum Explodieren. Was macht diese Eisfläche? Was bringt die? Äh. Die macht Trundle schneller und äh stärker. Bei uns macht sie nichts, oder? Nein. Sie macht uns langsam. Sie beschleunigt die Gegner, sie erhöht jegliche Regenerationsfähigkeiten. Ähm. Ähm. Uhrscharf. Das ist echt interessant. Das ist schön, dass du grad schreibst. Das Schäfchen ist übrigens zu uns gestimmt. Ähm. Als sie zu uns gekommen ist, hatten wir so um die 90 Follower. Äh. Sie ist übrigens nur durch Zufall über Facebook auf uns aufmerksam geworden. Ähm. Wie kannst du sehen, dass du mir folgst, mein Schäfchen? Ja. Ja. Oh, das Auge. Das ist aber ein gutes Auge. Ja. So ein schöner Augenlaser-OP. Nach dem Motto, ich will coole Typen äh kennenlernen, ne? Was? Ja, bei Facebook angegeben. Dann kam mal Ben. Achso. Ach Mist, die Ulti ist schon wieder nicht auf Smartcast, ich glaub's nicht. Warum ändert... Wieso macht er das immer aus? Keine Ahnung. Weißt du, mitten im Kampf merke ich dann, dass ich die Ulti nicht nutzen kann. Ja, nutzen kannst du sie schon. Warum? Ja, aber du denkst ja nicht dran, wenn das Smartcast ist, dass das auf einmal klicken muss. Ups. Ja, der ist äh... So. Ich wollte grad fragen, wollen wir sie, aber... Es war zu spät. Problem müssen wir mal aufpassen. Wo denn? Die Minions. So. Wie hast du denn uns denn per Zufall bei Facebook gefunden? Ich wusste nicht mal, dass man da schon... dass man da überhaupt groß was sehen kann. Ich geh mal kurz zurück, weil ich kein Mahler und Half-Life bin. Half-Life 3 konfirmt. So. Ja, bei 90 Follower sind wir nicht mehr ganz, nur so ein bisschen... bisschen sind wir ja gewachsen schon. Ein kleines bisschen aber okay. Das rechnet der immer mit ein. Also der ist da relativ gut. Der hat so ein schönes Tier auch schon fertig. Oh, Schatz. was? Also der hat sich die Frage nach derartigen So, hat der Troll damit nichts anderes zu tun? Oder was? Lois, that's safe. Schade. hat nicht funktioniert du standst irgendwie so ein bisschen in den ganzen kompletten Gegner, die haben mich runtergekratzt ja, ich dachte, das geschieht ja in der Port, das wäre so ein Instant-Port nee, nee wollte ich dann entsprechend Karma saven und mich dann hinterher hinterher saven hinterher saven, genau das war dann wohl nicht so na, Turm nicht mehr ganz gesaved gekriegt, aber den Chundle zumindest erwischt ich gehe wieder zurück, ich bin schwerer Halflight das Ding hat 400 Schaden gemacht, ich war full HP und habe nur noch 700 von 1400 wie geht das denn? ähm, sehr schnell ja das würde ich auch sagen das Break in 20 Sekunden ich weiß nicht mal, welcher Adam Riese das ausgerechnet hat dann geht mal contest-technisch schon mal runter damit wir uns da unten groupen können ok, bin da gut da kommt Quando oben, ne? aber ich bin hier unten so ein bisschen noch ein paar Leute und sind auch noch ein bisschen geplant ist Oh Gott. Ach, ich fange nicht wirklich noch. Oh nein. Er hat hinterher geschossen. Ich glaube, das könnte Sebastian ein bisschen das Ende bedeuten. Der Gangplank, ne? Ja, aber ich habe noch... ...ministens zwei mitgenommen. Nice. Ich war auf irgendeiner Seite und da habe ich zufällig in die Beiträge auf dieser Seite-Liste geschaut und gelesen, dass er an dem Tag den 24-Stunden-Stream gemacht hat. Und da war ich neugierig und habe mal reingeschaut und ich bin voll kleben geblieben. Nun klebe ich nimmer, sondern hänge freiwillig. Das hört sich doch schön an. Das ist lieb. Nice, Schatz. Guten Klebe nutzen. Noch schade. Noch nicht. Ja, zu zweit ist schwierig. Nein. Nein, also... Ich mache nicht ganz schade, das ist aber auch kein Wunder mit den Anteil sicher. Juhu, ich habe meine Ulti jetzt auch schon Level 2. Was wieso? Kein Wunder mit den Anteil sicher. Passt ja wieder zu. Da steht mir mal gar nicht. Das wird noch mir gegen Erik Ketz, mir bessere Sachen gekauft, ne? Was? Ja, von Erik. Wenn wir schon bei Klischees sind, dann darf ich auch nicht zuhören, ja? Ja, gut. Ich weiß übrigens nicht, wann du mit Diana die Runen-Gläwe nutzt. Also du musst das Item ja auch aktiv... Ne, musst du es nicht aktiv nutzen. Den Smite musst du dann nutzen, sondern der von wenn du zum Fight engaged. Davon redest du jetzt gerade? Von dir, Schatz. Ja, aber was meinst du? Ich weiß gerade nicht, was du machst. Wenn Smite kannst du auf Gegner setzen. Das weiß ich, dass ich jetzt auf Gegner setzen habe. Das musst du auch vor dem Engage machen, meine ich. Warum? Weil der Effekt des Jungle-Items halt darauf aufbaut, dass du das vorhören musst. Deswegen, den ich töten will, dann setze ich Smite drauf, ja? Genau. Also, We-Gang-Klänge da oben. Das ist auch Gegner. Quasi. Unterwegs. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Tu, was ich wollte! Das war alles, was ich konnte. Da hat mich seine Ulti noch gekillt, ey. Krass. Der macht euch beide alleine. Wir machen uns beide alleine. Super. Hab ich nicht ganz so viel von, zumal er schon ein paar Kids mehr hat. So. Acht. Mehr. Verstehe ich noch. Ich weiß auch nicht, was ich meine. Da ist aber auch noch ein Trundle in den Bosch irgendwo. Da ist Trundle in den Bosch. Nein, der ist direkt vor mir. Na, immerhin. Die Nidalee hat bei denen nämlich keins Assist gekriegt und, äh... Da hat er sich die Nase an dem Eisblock aufgerieben. Eisberg. Gepönk. Warte, was siehst du gleich da unten im Stream, oder? Ich weiß nicht. Kannst du jetzt nicht? Kannst du nicht gucken? Ich suche ein Item. Ich suche das aber nicht. Sieht das geil aus. Was für Item suchst du denn? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, was macht es denn? Keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ich will es ja nachgucken. Ich hoffe, du bist. Ich hoffe, du bist. Sieh ich. Nice. Das hat wirklich geholfen. Das war hilfreich. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Werf. 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 Nein, dann kommt noch ein anderer auf eine andere Seite. Es wird noch ein Schuss. Tod gewesen. Ja, da ist der Klingel. Kannst nicht mehr so dann deine Augenrufe starten? Ja, okay. Ja, okay. Oh, guter Grab. Ich will nicht mehr. Ich glaube, die Säle ist auch nicht mehr. Ich verstehe das Spiel von Ihnen schon leider. Oh nein. 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 Ich weiß nicht, ob du sie einholst. Nee, nee. Oh Gott, hier unten. Hier unten. Die ist eingesperrt. Nein, sie kann springen da eigentlich da drüber. Ja, theoretisch kann sie das, aber sie kann das nicht. Ja. Da. 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 Äh, Schäfchen. Ja. Tower ist eigentlich nicht viel teurer. Also du kannst im Prinzip, wenn du ein 1.000 Euro Laptop kaufst, auch ein 1.000 Euro PC kaufen. Der PC kann dann einfach mehr. Ja. 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 Na wie, dann muss man knollst. Das ist ein knollst. Ja, da ist ein knollst. Ich kann mal den Häuschen laufen. Ich geh den Gänflang oben aufhalten. Ja. Da ist, äh, Trunle ist hier. Ich komm, ne. Ich komm. Ne, 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 schnell. Komm mal. Also, ich hab deren S und den... die Erfüllung geht auf den Diensten ablenken wieso wollte ich denn zurück? ja, jetzt sind wir alle tot da bist du auch Drake haben wir, aber wir sind tot augerich, wir brauchen wir haben immer noch keinen Tempo-Mozifenden wir haben immer noch nicht einen Tauber nein, einfach nein ich will gleich Diana mal, wenn sie es ausmacht, in der Mitte testen guck mal, wusel, 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 wusel wusel, wusel wusel, wusel ich habe nichts gemacht, was laut sein könnte ich weiß es noch nicht, ob das jetzt wirklich bei denen oder haben sie irgendwas geändert, dass die Einstellungen sich verändert haben keine Ahnung, eigentlich waren die die letzten Tage alle beschäftigt ja, ich meine jetzt am Server keine Ahnung, muss man Patrick fragen ich habe den Tower ein bisschen rausgezögert und noch einen Kill geholt und drei, vier Leute Half-Life gemacht wunderschön macht was draus vier Sterne das ist zwar nicht so ganz was ich unter macht was draus verstehe, aber in Komponkong Randa-Randa da ist und die extremen die hat jetzt ihr Leben muss sich ausgaut an die kam der Mode sie haben Tauer hält die sichtige als in der Bibel so gut da will ich nicht auch sehr viele Dinge zu machen eine Jahrhundert Nein, es ging nicht, es geht doch nicht da so bietig rein, das schaffen wir nicht, hier gegen dich dann. Ich bin... Ok. Jetzt kommt der Fake-Rap. Ne, jetzt kommt die Pistole. Das ist noch schlimmer. Ich komme sofort runtergewuselt. Zu spät. Ja, 1100... ...mit einem Schuss. Guck mal, die hat, glaub ich, was im Hals stecken. Woa! 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 Woaw! 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 Prozent na ja der Wüste das Blitzkrieg hat gerade mehrfach versucht mit dem irgendwie mit dem Fester was zu reißen, es hat irgendwie nicht geklappt ich kann nur nach oben rennen Wusel 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 und der Tutor ist heute alle so weil du gerade gesagt hast oder ich hab's nur so verstanden ich bin oben kommt gerade der Gangplank ja ich rät den guck mal hier, ich bin auch da ja da oben ist generell sehr viel, aber macht was ich will nicht mehr, ich bin fast tot oh, ich bin tot die Ersch ist auch noch gleich irgendwo du solltest, du solltest vielleicht wirklich mal Gangplankern, weil der ist zur Zeit einfach so broken OP ja, ist er auch, ja der macht aber auch richtig Laune muss man dazu sagen meiner war bisher nur dieses Jahr noch Mackenfrei also 500 Jahre, also eher eine gute Note ja doch schon das passiert, was wir getötet ja, jetzt nicht mehr aber das war so dämlich von der Nidalee, die dachte auch, sie kann alles jetzt haben wir dem einen Penta geschenkt das ist ja ärgerlich aber es ist eigentlich nur er der, äh, deren Spiel momentan mit Schwandel so ein bisschen nach vorne pusht richtig Leute, der hat mich gefressen boah, grad gefräst hatte dich von ihm die Frise oh, ich hab's noch hier probieren sie das war eine Schniederleh ja ich hab's gesehen das stimmt das stimmt unterwegs schnieder vor das auch nicht da war ein das muss man nur zurück ja, ihr müsst oben däffen und unten ich geh den Tor unten entsprechend ja, Schniedelallee, das hast du richtig gehört Schniedallee Schniedallee oder auch genannt Schniedelallee Schniedelallee so, ähm, fällt mir grad wieder ein meine, warum nennt dich immer der LOL weil du immer so LOL rufst LOL LOL ich bin der LOL das das könnte ich auch schon Bärben machen, oder? im gefilterten Blinkblink das stimmt der macht immer leide das soll doch mal gucken gehen hm jetzt ist es unten du kannst übrigens, äh du kannst übrigens mit deinem mit deinem E kannst du auch über Wende däsen, Simon was? ich bin immer da gerade in dem, äh, Fluss unter oder auch nichts da 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 das war der Slow, der die getötet hat, too short da ja, das ist, ähm, das muss unbedingt gucken ich hab ja immer noch nicht gehört, ob die anderen das auch also, äh, ich hab auch dann immer nicht mehr hingeguckt, immer wieder auf den Stream neid nein, verletzt hat keiner reagiert da 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 so da 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 sehr gut Wir sind zu... Wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit. Nein. Der Blitzcrank. Jetzt war ich ja zu zweit. Der Blitzcrank kommt. Das Ding tötet mich so ein bisschen. Zu zweit ist das ein bisschen nicht so geil. Da ist Blitzcrank. Ja, der ist immer noch. Ich stelle mir gerade das Outfit von Simon vor. Der hat Schuhe. Einen brennenden Umhang und einen starken blauen Kristall. Was? Mehr hat er nicht an. Ich glaube, du hast irgendwie das Glas berührt oder so. Gute sind erst mit Blitzcrank. Alles klar, so einen Interf haben wir schon mal wieder ab. Der zweite müsste dann jetzt auch dementsprechend bald wieder ab sein. Guck mal, wusel, 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 wusel. Ja, aber irgendwie... Sie könnten jetzt selber zum Baron gegangen sein. Ich habe vergessen, den Kackwort anzusetzen hier. Das ist ein Wusel, 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 wusel. Zwei Wart und Niederlehe. Wenn du den einmal in den Kino... Das war vor. Auch der machte Verbrauch. Der machte Verbrauch. Der machte Verbrauch. Ich geh mal unten hin. Ob der Ende ist auch wieder ab. Ja, ich höre dir unten. Alles klar, Flash raus. Mittiger wieder. Ich muss nicht leider so ein bisschen roben hier. Robo Rama. Oh, nice. Das noch mit Niederlehe. Schniederli. 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 So, man verwirrt mich nicht. Bin sofort wieder da. Ich komme auf wieder an gewusel. Ich muss nur noch mal kurz... Nice. Gib mir Schild. Gib mir Schild. Gib mir Schild. Hab ich nicht. Ich hab ihn gesloat. Ich hab ihn gesloat. Esloat und weggeschubst. Es hat geholfen. Uh. Was ich mal so krass finde, ist, dass die Esch überhaupt keine Schnitte gegen mich hat. Die Esch spielt auch wirklich absolut grottenschlecht. Ich weiß jetzt, was du meinst. Das ist ja traurig. Ja, guck's dir doch an, ey. Ein Sieben. Sie spielt auch einfach schlecht, aber das... Sie haben halt den Glück, dass sie den Gangplank haben. Richtig. Nur der Gangplank kann halt auch nicht alles carryen. Deswegen müssen wir... Ja, aber der Grund der Trandel bei denen, ja. Guck dir mal die Lastits von den... Ey. Das ist doch... Das ist lächerlich. Wie viele Lastits habt ihr? 59. Oh Gott. Ich hab als Jungle sogar mehr als die... Das Doppelte sogar mehr. Ich habe 37. Gangplank kommt gleich in die Mitte. 27. 174. Ich hab auch nicht so die Lastits. Ja, gut. 150. Ich hab auch ein bisschen zu wenig, aber... So oft, wie sie alleine auf der Lane war. Sorry. Ich glaube, sie ist einfach nur reingerucht, die in... Ich nach AGC. Oh, das geht ja gar nicht. Sie wenigstens ja vorher aus. Oh, sag du, dass du da bist. Ja, ich hab auch nicht mit... Und ihn, ne? Oh, ho, 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 ho. Immer das... Immer das Fass... Okay. Ja, jetzt gehen wir durch. Ich wollte sagen, jetzt sind wir Out-of-Position. Ich wollte sagen, jetzt sind wir Out-of-Position. Ich wollte sagen, jetzt sind wir Out-of-Position. Weil sonst töten die mich auch nicht mehr. Ich wollte sagen, da haben sie uns jetzt Out-of-Position gecatcht. Ja, der hat uns hinten überrascht. Ja, die beenden jetzt. Ich denke mal nicht, dass wir das jetzt noch irgendwie... Ja, alleine kriege ich das nicht, ne? Oh, er jagt dich. Da muss jetzt richtig Out-of-Play-Potential zeigen, wenn du das entsprechend schaffst. Oh. Oh nein. Na, noch geht das. Also das Überleben von Niki zumindest. So. Der erste von uns lebt als Simon in... Ne, was hat er mit? Elf, zehn. Genau. Ziehen die sich jetzt zurück? Das wäre dämlich. Sie wollen auch spielen. Zumindest die beiden, die halt, äh, momentan spielen, hier. Territ. Weil der Blitzy, der möchte immer noch die Botletten, äh, kriegen. Mhm. Ich glaub, der Gank wird wahrscheinlich, äh, alles haben. Aus seinem Repertoire. Glock. So Lot. Busgel, 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 Busgel. Wuseln, Busgel, Busgel, Busgel. Ickim-Bus, Busgel, Busgel, Busgel. Busgel, Busgel, Busgel. Ich binvit. Hier, muss man nicht sehen, wenn ich aus der Base komme. Die haben The Drake gemacht. Mit drackenraumtimme verdammt. Es könnte sein, dass sie zum Berger gehen. ich wusel mal direkt hin direkt am hinwuseln der menschliche Schmelzpunkt ist übrigens uneinheitlich sagt er Oh Gott! Oh Gott da sind ja ein paar Ich bin äh Geh da nicht rein Da hat der Blitzkrabboot gesessen Wenn ich diese Riesenminions habe, bin ich immer kurz davor die zu smiten, weil ich mich so aufrege Mach ich auch manchmal Der hat mal seine Atomwohle am Zünden in der verrückte Mund Oh Simon Aua Jetzt dürfen wir alle mal drauf fixen Oh ja Da warst du gerade der SynthBot Alter Ja genau dann kommt der Chris von Wir die Bänden jetzt nicht Das können sie eh nicht aufhalten, aber das sind viele von den großen Juhu! Es ist vorbei! Das können wir lieber Gank Blank Wann sich mehr kurz in Tründer mehr noch probieren? Tründer auf Top ist auch gut, ja Klar Das ist auch eine möglichst Das ist nichts mehr Das ist ein bisschen